Das ist aber auch wirklich so, der macht immer 50 cm, der macht nicht im Moment sehr, sehr hoch. Die dürfen nicht angegriffen werden. Hast du ihn? Du, das Leibchen vom Fett so ein bisschen klein. Das ist wirklich so ein Leibchen. Ich fand den gut, ich fand den auch super. Ja, also, wer hat mir einen zufahre, weißt du, da siehst du das noch? Da geht noch was ab. Das ist so, wie ein Name an der Oberlinie. Das ist so, wie ein Name an der Oberlinie. Das ist so, wie ein Name an der Oberlinie. Das ist so, wie ein Name an der Oberlinie. Pass auf! Ja! Weg! Weg raus! Weg raus! Be freeze! Boah, wie schock! Wir kommen nachher zu dich hier in das Haus, ja? Und Gott, wie kräft! Klasse, klasse! Das ist tatsächlich so, die Gelben sind die Joker. Ich bin immer bei denen angehalten. Wow! Wie stark! Er klärt so wie bei FIFA immer, so wie die Fahrer zieht. Auf FIFA-Spiel. Schatz, wie die aus dem Poebo, ey. Ihr könnt ja mal Unterricht passieren, man. Der bringt euch das Spiel bei. Ja, ich bin schon verjogen. Musst du da drücken? Da gehen, da schießen. Er ist gleich mit dem Joystick angelaufen. Ja, der stolz sich selbst. Was ist mit Problemen? Also, die kommen so wie so mit dem Fahrrad. Der spielt Fußball mit dem Joystick und spielt dabei Fußball. Schießen! Ja, das kannst du aber laut sagen, doch. Sie würden das ja nicht schaffen, das Fahrrad könnte oder wollte anfahren. Dann ist es so. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt mit Erik besprechen. Aber ich sehe kein Problem, wenn wir von halb neun bis viertel nach neun eine Dreiviertelstunde Algebild retten. Und dann wird es halt abzahlen. Ich habe leider morgen zehn eine Ausrede. Ich habe mich noch mit Tobi mitgefahren. Ja, ich habe noch nie noch gesehen. Aber ja, ich habe noch nie noch gesehen. Ich wollte halt echt keine Zeit. Ich habe noch zwei, zwei Stunden da. Sorry, ich habe nicht herliehen. Ja, ihr könnt ja mal, äh... Schreibt die Sachen auf. Nö. Ja, doch schon. Da würde es sein, ist ja. Schau mal. 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 Ich bin ich ja schon vorhin. Und das war schon mal. Du bist ja. Jetzt ist zwar dritter oder dritten Mal. Ich werde so. Ja, ja. Oh. Ahem. Vielen Dank.